Norbert Wiener war ein US-amerikanischer Mathematiker. Er ist als Begründer der Kybernetik bekannt, ein Ausdruck, den er in seinem Werk Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine prägte, Biografie. Norbert Wiener wurde in Columbia, Missouri, als erstes Kind des jüdischen Ehepaares Leo und Bertha Wiener geboren. Sein Vater war Professor für slawische Sprachen an der Harvard-Universität. Der Sohn wurde vorwiegend zu Hause erzogen und galt als Wunderkind, denn er war schon sehr früh insbesondere an fremden Sprachen interessiert. Allerdings besaß er keine technischen Fähigkeiten, seine Aktivitäten auf dem Gebiet der Technik waren stets theoretischer Natur. 1903 trat er in die Ayer High School ein und schloss dort 1906 ab. Im September 1906, im Alter von elf Jahren, trat er in das Tufts College ein, um Mathematik zu studieren. Er schloss dort 1909 ab und trat in Harvard ein. Dort studierte er Zoologie, aber 1910 wechselte er zur Cornell University, um Philosophie zu studieren. Er kehrte dann wieder nach Harvard zurück und schloss dort 1912 seine Dissertation über Mathematische Logik ab. Von Harvard wechselte er nach Cambridge, England, um unter Bertrand Russell und Gottfried Harold Hardy weiter zu studieren. 1914 war er in Göttingen bei David Hilbert und Edmund Landau. Dann kehrte er nach Cambridge und dann in die USA zurück. Von 1915 bis 1916 unterrichtete er Philosophie in Harvard, arbeitete für General Electric und für die Incyclopedia Americana. Später arbeitete er für das Militär in Aberdeen Proving Ground, Maryland. Er blieb bis zum Kriegsende in Maryland. Dann begann er, Mathematik am Massachusetts Institute of Technology zu unterrichten. Während er am Mitarbeitete, hielt er zahlreiche Kontakte, die zu vielen Reisen in den USA, nach Mexiko, Europa und Asien Anlass gaben. Wobei ihm seine Sprachbegabung zugute kam, wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Im selben Jahr heiratete er Margaret Engemann und kehrte als Guggenheim-Stipendiat nach Europa zurück. Er arbeitete die meiste Zeit in Göttingen und mit Hardy in Cambridge. Er beschäftigte sich mit der Braunschwein-Molekularbewegung, dem Fourier-Integral, dem Direct-Le-Problem, der harmonischen Analyse und den Tauber-Theoremen. Sein Arbeitsgebiet reichte dabei über die reine und angewandte Mathematik hinaus bis hin zu Fragestellungen der Physiologie. Speziell Neurophysiologie und Genetik erhielt er den Buchheim Memorial Preis. 1950 hielt er einen Plenervortrag auf dem Internationalen Mathematiker-Kongress in Cambridge und ebenso 1936 in Oslo. Wiener starb auf einer Vortragsreise 1964 in Stockholm. Zu seinen Doktoranden zählt Norman Levinson. Rechenmaschinen Der Name Wiener steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung von Rechenmaschinen. So entwickelte er 1940 einen Lösungsweg für partielle Differenzialgleichungen. Wiener sagte zu seiner Bedeutung dabei Kybernetik. Seine Beschäftigung mit der automatischen Zielsteuerung und dem automatischen Abfeuern von Flugabwehrgeschützen mit einem Modell, das die Flugbahn eines Flugzeugs vorher bestimmt aufgrund der Analyse des Verhaltens eines sich verfolgt wissenden Piloten. Während des Zweiten Weltkriegs führte ihn über die Weiterentwicklung der Nachrichtentechnik und die Kommunikationstheorie zur Kybernetik. Deren Geburtsstunde lag im Jahr 1943. 1947 einigte er sich mit anderen Wissenschaftlern auf den Begriff Cybernetics und eine einheitliche Terminologie. Es sollte eine Einheit von Problemen betrachtet werden aus dem Gebiet der Regelungen und der statistischen Mechanik. Wie sie sowohl in technischen Systemen als auch bei lebenden Organismen von Bedeutung war. Das Buch Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine erschien 1948 nahezu gleichzeitig in New York und Paris. Wiener verfolgte stets einen realistischen Ansatz, so auch in seiner letzten Schrift. Gott und M. Golem, Inc. are comment on certain points were cybernetics in Pynchsen Religion. Er war optimistisch bei neuen technischen Möglichkeiten, etwa der Steuerung von Prothesen als Ersatz für Gliedmaßen und Sinnesorgane, ein Eingreifen in gesellschaftliche, insbesondere ökonomische Prozesse hielt er hingegen für schwierig. Wiener bemühte sich, wissenschaftliche Ideen speziell der Kybernetik mit der Philosophiegeschichte zu verbinden, wobei ihn Baruch Spinuts und Gottfried Wilhelm Leibniz besonders beeinflussten. In seinem populär-wissenschaftlichen Werk The Human-Use of Human-Bians Cybernetics and Society beklagte er die gesellschaftlichen Zustände in den USA und die Haltung einflussreicher Kreise. Schriften 1948 Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine Mit Press 1950 The Human-Use of Human-Bians Cybernetics and Society 1956 Ex-Prodigy I am a Mathematician 1958 Non-Linear Problems in Random Theory 1959 The Temper Als Roman verfasste Anklage gegen Industrie-Spionage und Profitorientierung 1964 God and M. Golem, Inc. A Comment on Certain Points where Cybernetics impinges in Religion Schriften Collected Works with Commentary Vier Bände Mit Press 1976 Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine Willi 1948 Zweite Auflage Mit Press 1961 Deutsche Übersetzung Kybernetik Regelung und Nachrichtenübertragung in Lebewesen und Maschine RORORO 1968 sowie Econ Verlag 1992 The Human-Use of Human-Beings Cybernetics and Society Boston Hottenmifflin 1954 Deutsche Übersetzung Mensch und Mensch-Maschine Metzner Frankfurt am Main 1952 Vierte Auflage 1972 God and Golem, Inc. A Comment on Certain Points where Cybernetics impinges in Religion Mit Press 1964 Deutsche Übersetzung Gott und Golem Eko 1965 Ex-Prodigy My Childhood and Youth Simon & Schuster New York 1953 I am a mathematician The Later Life of Apodigy Garden City New York Double Day 1956 Mathematik Mein Leben Econ Verlag 1962 mit anderen Differential Space Quantum Systems and Prediction Mit Press 1966 Die Versuchung Die Versuchung Geschichte einer großen Erfindung Econ Verlag 1960 Extrapolation Interpolation Ends Moring of Stationary Timer Series with Engineering Applications Mit Press 1949 The Fourier Integral and Certain of Its Applications Cambridge University Press 1933 Reprint Dover 1959 Non-linear Problems in Random Theory Mit Press 1958 Invention The Care and Feeding of Ideas Mit Press 1993 mit R E.A.C. Palil Fourier Transforms in the Complex Domain American Mathematical Society 1934 Generalized Harmonic Analysis and Taubereien Theorems Mit Press 1966 Selected Papers of Norbert Wiener Including Generalized Harmonic Analysis and Taubereien Theorems Siam 1964 als Herausgeber Cybernetics of the Nervous System Else 4 Amsterdam 1965 Nach SCP-1965 hereim can be released a a